Hallo Freunde, herzlich Willkommen zurück zu Autonauts. So, wir haben in letzter Zeit einiges an Energie bauen müssen, aber einiges. Ich meine, das sind vier Windmühlen, das ist jetzt nix berauschendes. Und wir haben auch gerade den Platz dazu. Oh, wir haben 600 Energie und für einen dauerhaften Lauf, dass es immer laufen kann, brauchen wir 770. Okay, weil der hier braucht nämlich 120 Energie im Gegensatz zu den anderen, die hier nur 50 brauchen. Lassen wir gleich mal wieder mehr Mauern vorbereiten, aber wir haben schon wieder keine. Los Leute, los, Mauern müssen her. Und Boden haben wir auch keinen mehr, okay. So, also das hier läuft einmal. So halbwegs, ne, und dann mit den Pfählen ist es ein bisschen schwierig gerade nochmal. Wir brauchen halt die Stifte. Achso, wir sind hier voll. Oh no. Ne, der bringt da was selber, oder? Ah ne, jetzt haben wir hier die ganze Zeit welche, die nach und nach Rahmen craften. Okay, das müssen wir unterbinden. Anhalten. Ne, der macht Verzweiflung, das passt. Ähm. Ähm. Craft der quadratischen Rahmen. Okay, gut, ich habe das mitgenommen. Das passt dann schon. Ähm. Wir müssen dem sagen, dass hier bis Fragezeichen voll ist. Das ist das hier. Und das dauerhaft. Also wenn das voll ist, dann hört der auf zu craften. Genau. Genauso du hier. Lass sie fahren. Blödsinn, das passt schon. So, das hier bis das voll ist. Wir bringen wieder mal zurück. Ich hoffe, das haut es vernünftig hin. Dann lassen wir mal wieder Roboter machen. wir haben ja kaum noch welche eigentlich gar keinen den können wir potenziell noch was machen genau das ist nämlich die medizin machen landwirtschaft blut egelfarm genau das kann er der machen wir nur noch jemanden der die hier kraft hat ich glaube nur nicht dass er das kann ich die nötige hirnkapazität dafür aber er kann ja derjenige sein der die dann hier farmt wir haben ja schon ein cash ok dann können wir das ja schon machen warte mal das brauchen wir brauchen blutegel wir brauchen wasser wir brauchen tongefäß wasser gibt sie da oben in ausreichenden mengen können wir schon mal loslegen ja wenn die uniköschen kann man mit Kescher nehmen Da herkommen Ach ne, der sammelt die jetzt aber nicht per se Er kann dafür sorgen, dass er sie da rausfischt Aber wer sammelt sie? Verdammt, das Ding hält lange Das machst du viermal Wegstecken Sammeln Bis Hände voll sind Ja, das passt schon so Da brauchte wohl doch noch ein Hirnupgrade dann, glaub ich Zack Bis Hände leer sind Kescher nehmen Wiederholen Das Problem ist das hier Muss da ganz ans Ende Und nochmal So Vor allem, dass wir bis wir hier voll sind Und dann So Okay Das kann man was wir dafür brauchen Ähm Da ist es Perfekt Viele werden jetzt auch endlich mehr So So Nein Nein Das hier machst du bis Hände leer sind Okay Schau mal, ob das hinhaut Ich hoffe es Boah, da braucht jedes Mal auch vier Blutegel für eine Medizin Junge, das ist das Allein das wird ja schon richtig teuer Ich glaub, da braucht ein Geschwindigkeitsupgrade auch noch Ich brauch ganz sicher eins Ich brauch ganz sicher eins Okay, leg das drauf da, verdammt Ich meine, du musst sie hier die ganze Zeit ernten Und dann muss er die einsammeln und daher bringen Oh, ich sehe schon das Potenzial, warum das in die Hose gehen könnte Ich hoffe mal, dass es hinhaut Wer kommt da? Komm Kollege, gib Gas Boah, wir haben einfach viel zu wenig Energie Bin gespannt, was da noch an neuen Sachen einmal kommt für mehr Energie Aber so wie das momentan ist, ist es schwierig Oh, Dachziegeln fehlen uns hier noch Dachziegeln fehlen uns hier noch Blutegelfarm ist erledigt Wieder eins abgeschlossen So, wo ist hier das Problem? In Wasser schon wieder Oh no, was ist mit ihm hier? Der hängt hier, der hat sich irgendwie da hängt, wie er das gemacht hat Verstehe ich gerade gar nicht Verstehe ich gerade gar nicht Werden das zusammenbracht Okay, das ist wohl der Richtige, den wir da wie standen Ähm Oh, wer hat die Palette nicht mehr kennt Okay, ich verstehe schon Daran liegt's Nee 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 Energie Mangel Hey, warum fehlt hier? Das hier Ah ja Ah ja Und da geht's wieder voran Langsam Nur noch drei Dachziegeln Und hier fehlen halt noch Fensterrahmen und so Die können wir sich ja mal holen Hau das derweil hin Ich fürchte nicht Wo sind wir denn? Hier Doch, da ist er ja sammelt Okay, gut Fix viel zu langsam, aber ja Schauen wir mal, wie viel Medizin die brauchen Vielleicht brauchen sie auch gar nicht so viel Hoffentlich Okay Nur die hier brauchen noch Sachen Oh je, wie hat... Oh nein, wie hat's denn er geschafft sich zum... Ah, der hat jetzt auch geschafft sich aufzuhängen Weil er nicht mehr weiß, wo die Bretter sind Scheiße Und wieder zwei Dachziegeln und dann fehlt uns nicht mehr viel Ah ja, das Tongefäß müssen wir dann eben auch machen Oh man Oh man So ein Scheißlauch Gut, das braucht aber nur Turm Da können wir wirklich anderen dafür gleich machen So Da kommen wir ja So Genau Viermal Gut, dass das wenigstens einfach ist Nehmen und daran Nehmen und daran Und weiter geht's Schön Schön Noch mehr Energie, die verbraucht wird Okay, da sind wir wieder voll Oh, wir brauchen jetzt noch einen, der die Kescher herstellt So So Pfahl Rahmen Und zweimal Schnur Hol dann einen Rahmen Pack ihn weg Hol dann einen Pfahl Und zweimal Schnur, wo ist die? Wo haben wir die? Wo haben wir die? Wo craften wir denn die Schnur überhaupt? Ich hab grad keine Ahnung, wo das ist Hier, gut Nicht halt zu weit weg, wenigstens Nein! Aha Du Vollidiot Kannst du nicht ausdenken, alter Ist der Penner hier? So, wir fangen wieder von vorne an Aufnahme Aufnahme Zwei 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 Mal Hinzufügen bis Hände leer sind Und Das hier gesagt Und hinzufügen bis Hände leer sind Nehmen Da rein Repeat Geht Geht Mann, 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 Mann Und Okay Er kann jetzt nicht mehr ablegen Weil wir hier voll sind Das ist gut Tongefäße haben wir auch Das ist das Wir können jetzt einen machen Der sich Irgendwie Darum Kümmern muss Ähm Haben wir die Einfachen einen? Noch Namen haben wir nicht Aber das ist eh egal Mal Ah ja, ihr müssen jetzt mal Den Kopf waschen Und Hier Palette Das ist diese hier Und Das ist diese hier So Dafür werden wir aber ganz sicherlich Das hier brauchen Das ist immer amtlich Äh Da ist no way Das Ähm Dass wir das anders schaffen werden Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Wegstecken Blutegel holen Eins Zwei Drei Vier So Genau Vier mal Zufügen Eins Zwei Drei Vier Tongefäß Medizin Oh man das Ding ist schwer Toll Das heißt der braucht auch immer ein stärker Upgrade Sonst kann er das nicht einmal richtig tragen So Da hin Halten Part ist auch schon zu Ende gleich Das Ding wieder nehmen Repeat So Bis Hände leer sind Repeat Endless Mal schauen ob das funktioniert Warte noch einen Moment Schau mal Geben wir ihm mal das hier und schauen mal was er macht Ob das hier ausreichend ist für ihn Ja Er füllt den Eimer halt wieder voll Aber eh voll ist also egal Es ist ja wurscht Wichtig ist dass Dass das Ding funktioniert Gut das hat nicht geholfen Oh Wir brauchen vier Fonteinen Oh Wir brauchen vier Fonteinen Okay Die sind relativ gleich Schnell Oh ja stimmt der Part ist auch zu Ende Freunde ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss Von Schnell Wir brauchen ihn Was D ons Wir brauchen ihn Dies Körn Wir brauchen ihn Untertitelung des ZDF für funk, 2017